Infinix Note 10 Pro NFC, das erstaunlich neue Telefon mit hervorragenden technischen Daten. Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video eines neuen Telefons, das diesen Monat veröffentlicht wurde, dem Infinix Note 10 Pro. Hoffe du magst es. Folgen wir den Spezifikationen des neuen Telefons. Netzwerktechnologie GSM Spalte Der Start wurde am 12. Mai 2021 angekündigt. Die Situation kommt bald. Ex. Es wurde am Mai 2021 veröffentlicht. Körperabmissungen 172,8 bei 78,3 bei 7,8 mm, 6,80 bei 3,08 bei 0,31 Zoll. Gewicht Minus Dual SIM, Nano SIM, Dual Standby Bildschirmtyp, YLCD, 90 Hz Größe, 6,95 Zoll, 114,7 CM2, 84,8% Bildschirm-zu-Körperverhältnis. Auflösung 1080 bei 2460 Pixel, 387 Pi. Plattform aufs Android 11, Source 7.6. Mediatik Helio G95 Chipsatz, 12 Nm. Octa-Core Prozessor, 2 bei 2,0 GHz Codex A76 und 6 bei 2,0 GHz Codex A55. Humali G76 NC4 Mikrostix Speicherkarten-Steckplatz, dedizierter Steckplatz. 128 GB interner Speicher, 6 GB RAM, 256 GB, 8 GB RAM. UFS 2.2 Hauptkamera Quad 64 MP, Breit, 1,1,72, 0,8 M, DAF. 8 MP, 120 Grad Zeichen Ultraschnell, 2 MP, F2,4, Tiefe, 2 MP, F2,4, Monochrom. Mit Quad-Led-Blitz, HDR und Panorama. 4K Klammerrafe 30 FPS Video, 1080p Klammerrafe 30 FPS. Zephi Camera Monochrom 16 MP, Breit. 1080p Klammerrafe 30 FPS Video. Lautsprecher Ja, mit 2 Lautsprechern. 3,5 mm Büchse Ja. ComSlan Wifi 802.11 APG in Ack, Dual Bank, Wifi Direct, Hotspot. Bluetooth 5.0, A2DP, Le. GPS Ja, mit A-GPS. NFC Ja. FM Radio. USB USB Typ C 2.0, USB für unterwegs. Mit Fingerabdrucksensoren, seitlich montiert. Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Nähe und Kompass. LePo 5000 mal nicht austauschbare Akku. 33W Schnellladung. Verschiedene Farben, schwarz, lila, nordisches Geheimnis. Am Ende des Videos hoffe ich, dass Ihnen das Telefon gefällt. Wir sehen uns in einem neuen Video. Frieden.